hallo ihr lieben ja wenn ihr jetzt gerade auf diesen youtube kanal gestoßen seid dann muss ich leider sagen es vorbei dieser kanal wird nicht gelöscht die videos bleiben bestehen und vielleicht irgendwann mal kommen wieder videos aber ich glaube ja nicht weil ich habe einen neuen kanal angefangen er heißt einfach jannis ganz einfach auf diesem kanal mache ich auch kochvideos aber vermehrt mache ich vlogs und challenges und berichte aus meinem leben sozusagen teste mal zwischendurch produkte also wie gesagt ist der alte kanal hier jeder der mich hier abonniert hat danke fürs abo danke für die schöne zeit danke fürs liken wenn ihr zeit habt und bock habt geht doch mal einfach auf einfach jannis geht mal einfach auf einfach jannis und lasst den abo da und ein like und die glocke aktivieren nein macht was ihr wollt so wenn ihr keinen bock habt dann verstehe ich das aber wie gesagt ihr habt schon wahrscheinlich gemerkt dass dieser kanal hier nicht mehr aktiv ist und dass hier gar keine videos hochgeladen werden deswegen ja einfach jannis danke für alles so gut ich will nicht emotional werden und ich werde auch die videos hier nicht löschen so weil diese viele wichtige videos die ich mit meiner frau erlebt habe oder keine Ahnung echt coole kochvideos und die werde ich halt alle nicht löschen vielleicht werde ich die immer nach und nach alle hier runterladen und auf meinen neuen kanal laden aber auf lange sicht ich glaube nicht dass hier noch was passiert ansonsten tschau und jetzt nicht alle disliken so ne das wäre unfair so